Hallo meine liebe Ami und willkommen zum achten Türchen. Heute stelle ich euch eine Top Secret Mission vor. Es ist wichtig, dass ihr niemandem davon erzählt. Es geht um Minecraft Hero. Jeder YouTuber hat ja mittlerweile die sogenannten gelben Punkte in der Luft entdeckt. Oh, aber diese gelben Dinger. Schnell wurde ihr Ursprung auf die Meteoritenschilder zurückgeführt. Aber stimmt das wirklich? Und noch wichtiger. Wer steuert die gelben Punkte?